Ab kommender Woche sollen Türkis und Grün offiziell in Regierungsverhandlungen treten. Hinter den Kulissen überlegen beide Parteien bereits, wie so eine neue Regierung aussehen könnte. Mehrere Ressorts können neu zusammengesetzt werden. Insgesamt sollen die Grünen wohl drei Ministerien erhalten. So sollen die Grünen ein Zukunftsministerium aus Umwelt und Infrastruktur bekommen. Als mögliche Minister für dieses Super-Ressort werden Werner Kogler selbst oder seine Nummer zwei, Leonore Gewessler, gehandelt. Innerhalb der Grünen gibt es aber auch Überlegungen, ob Kogler nicht den Klub anführen soll und so für ein reibungsloses Funktionieren der allfälligen Regierung sorgen könne. In diesem Fall würde wohl Gewessler Vizekanzlerin werden. Möglich wäre aber auch, dass Kogler den Vizekanzlerjob selbst macht und dazu die Koordinierungsagenten übernimmt. Als Wunschkandidat für ein Ministerium wird Ex-Grün in Star Lothar Lockl genannt, der ebenso wie Monika Langthaler für dieses Super-Ministerium in Frage käme. Zudem sollen die Integrationsagenten ins Sozialministerium wandern. Hier wäre Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein prädestiniert. Sie ist allerdings als grüne Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl vorgesehen. Alternativen wären Ex-Landesrätin Astrid Rössler oder eine Expertin möglich. Heute jedenfalls treffen sich ÖVP und Grüne noch einmal zu stundenlangen Sondierungen. Am Sonntag soll dann der grüne Bundesvorstand bestehend aus ca. 30 Personen Ja zu Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP sagen. Am Montag um 10 Uhr nach telefonischen Talks mit seinen Landeschefs will dann ÖVP-Chef Sebastian Kurz offiziell verkünden, dass Türkis und Grün ab jetzt Koalitionsverhandlungen führen würden. Optimisten in beiden Parteien glauben, dass diese völlig neuartige Koalitionsform noch vor Weihnachten stehen könnte. Ob sich Türkis und Grün am Ende wirklich finden, ist allerdings noch offen.